Ich muss meine Autorität wieder erlangen. Das war eine Vampirattacke. Runter mit dir! Nicht schreien. Die Bürger haben vollstes Vertrauen in die Fähigkeit der Kirche, sie zu schützen. Dieses Vertrauen dürfen sie nicht erschüttern. Was nützt dieses Vertrauen, wenn es eine Lüge ist? Sollten sie vorhaben, die Städte zu evakuieren, wird man sie aus dem Orden ausschließen und exkommunizieren. Der Krieg ist lange vorbei. Er ist nicht vorbei. Nicht für mich. Du hast keine Ahnung, was auf uns zukommen wird.